Lin Sey Won hat in ihrem Sport Maßstäbe gesetzt. Keine Skirennläuferin hat mehr Weltcup-Siege eingefahren als der US-Star. Auch die Medaillensammlung der Speed Queen kann sich sehen lassen. Unter anderem gewann die Ausnahmeathletin 2009 zwei WM-Titel. Ein Jahr später raste sie auch auf der Abfahrt bei den Winterspielen in Vancouver zu Olympia Gold. Vier Jahre später konnte sie aufgrund einer schweren Knieverletzung nicht an den Olympischen Spielen in Sochi teilnehmen. Für Pyeongchang hat sie sich nun aber weiteres Edelmetall zum Ziel gesetzt. Doch all die Medaillen und Rekorde sind Won nicht genug. Sie hegt noch einen anderen großen Traum. Eines Tages möchte sie in einem Männerrennen an den Start gehen und so wieder einmal Geschichte schreiben.